herzlich willkommen hier sind wir wieder zurück bei unserem let's play together minecraft mit dem show mit dem show meiner wenigkeit oder schwimmt ein creeper ich sehe auch gerade vogel so ich würde mal sagen machen wir erst mal was genau da wollten wir rein ja ich packe jetzt erst mal ganz scheißsinnig einpackt was gar nicht ich werde denkmal eine zweite tour machen ja wieso hast du so sieht einem der endermann nicht in die augen ja und außerdem ist das so spannender für unsere gäste gäste aber das sieht sehr lustig aus ich weiß das verbirgt mein hässliches gesicht bin ich jetzt aber auch mal die sich ist doch schon ganz schön eingeschränkt wobei denn die tür hallo bitte nicht so spaß beiseite wir wollten doch in die höhle ja ich habe hier voller eisenspitzhacken ich habe steinschaufeln ich habe bogen und ich habe eisenschwerter ich mache jetzt einen noch truhe die nachtruhe ich mache jetzt noch eine truhe meine ich das ist mir bei aller liebe zu den zuschauern eingrenzung der sicht also ich packe jetzt jeden scheiß die stick ist nämlich mit backen können ich pack mal schnell das rohühnchen das rohühnchen das rohühnchen facken immer mit leitern nämlich mit leitern sich hier dann ging ich mit meine hacke stimmt was dick ist brauner ich habe 50 49 habe ich ja dann mach mal ein paar fackeln ich habe kein gold kohle kohle habe ich brauchst das wäre krass wenn du gold haben so ich habe mir 24 fackeln gemacht hast du kohle da ist doch kohle hier ist kohle meinst du kannst du das weg nehmen von mir aus ich habe direkt mal vergessen musik aus zu machen ich nehme jetzt kohle aus gut aus hast du schön gemacht aber es ist ja noch unser keller da irgendwo ins nichts wird doch der füter zurück nach neben doch nicht habe ich ja zugemacht so hast du schwert das ist kein schwer selbstredend attacke einmal noch das haus anschauen dieses wunderbare gebilde was gemacht hast du ja wunder hübsch oder ja und sogar symmetrisch symmetrisch symmetrischen irgendwie so wo müssen wir denn hier rein hier ist in young sehr schön dann auf geht's ich bin auf dem weg ich bin sehr aufgeregt da hinten gleich zwei stück scheiße ich habe sie angekommen verdammt ich will nicht nein 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 doch alle beide ich höre die sounds in mir ist okay ist einer zwei was war ich kann mich gar nicht umgucken geben aus dem weg so jetzt hier ist eisen sieht so aus nein die war größer nein weißt du hier eisen die fledermäuse ich frage mich ob man mit dem fledermäuse noch irgendwann macht was machen kann an der leine führen an der leine führen ich höre schon wieder die bösen sounds der will mir nur ein der will mir noch angst machen erinnert mich so ein bisschen an seine ziel die sound was die feilte ach sein habe ich nie gespielt muss ich sagen und auch nie geguckt ja aber später muss es schon mal das ist aber ich finde es toll also das spiel ist einfach nur klasse so hast du ihn etwa angeguckt du bist jetzt bitte her ja ich komme sofort zum glück waren wir noch nicht so weit weg beziehungsweise gar nicht weg beziehungsweise nicht so tief was hier glaube ich auch nicht möglich ist kannst du mal irgendwie weg scheuchen weg schon geben was ja weiß auch nicht nerven kusch nicht kusch aber warte mal ich habe einen eisenschwert mal sehen ob ich sie da mitkriegen ich setze mir mal erst das unglaublich schicke dass man das nicht das ist einfach so mir sagt du weißt du doch zuschauer dürfen nicht wissen dass du sowas nicht weißt du weißt oh mein gott stimmt ich weiß es ja er kann mich nicht angucken wieso guckt er weg oder was nein er guckt mich an aber er weiß nicht dass ich ihn angucke du wirst elendig sterben alter wie viel zeug hast du mit was machst du da ist okay junge oder ein zeug und den ab in die nächste väter bei mir erst mal so über den kopf ich lade noch ab zu hause ja halt ab du auch lade ab was hast du gemacht ich wünsche dich das war als ich rauskam ja komm flüchte dich nicht in ausreden das hast du gemacht mit tnt genau ich kann ja auch so schnell tnt herstellen ja das ist das ist da klar die richtig zu aber so halt offen ist gar nicht so schlecht jedoch ist scheiße geht gar nicht klar das war ich habe ja schon wirklich rausgenommen zum chini schaut hast du hast es so schnell gemacht da bin ich nicht mitgekommen ja das ist ja so hast du kohle gesammelt kannst du mal kohle war da mal habe ich erst mal hier denn im primborium irgendwo finde die heim slabs ich bin so nett und ja aber nur ein bisschen manchmal brot haben wir brot ich mache hast du brot ich mache moment Bläcker kläb 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 nr kläb kräb was für eine rille ey du hast hilt gesagt ja du auch kläber Guck mal hier, drei Weizen, das gibt ein Brot. Ein Chlepp. Eine Slap? Chlepp. Chlepp. Eine Rillepp. Ab jetzt nimm ich mein Kürbis mit. Ja, nimm dein Kürbis mit. So, nimm dein Kürbis mit. So, gehen wir nochmal? Ja, naja, ich warte eigentlich nur auf dich. Du hast da ein paar Slaps vergessen. Ja, die muss ich dann später halt nachbessern bodeln. Ja, ich weiß. Tatsächlich, ne? Ja, da gab es nichts, wir müssen woanders hin, ne? Ja, ich weiß auch schon wo. Oh, da hinten guckte mal, da ist ja eine Stadt. Die hatten wir schon beim letzten Mal hier gefunden. Ich gehe trotzdem nochmal hin. Weil da unterhalb war nämlich ein... Ein... Äh, ja, wie soll ich sagen? Eine Höhle, hier nämlich. Ja, unterhalb der Stadt. Hier. Ja, weiß ich doch, hier. Hier wollte ich ja hin. Nimm das Schwert in die Hand. Oh, und ich lauf genau in den Reihen, Alter. Ich habe ihn nicht gesehen, hätte ich gesagt. Ich habe ihn nicht bloß gehört, wie du... Und dann bin ich hoch zurückgelaufen. Und dann ist er direkt vor mir so... Ein Zug. Zu mehr war ich nicht fähig. Wie ein Zug. Es kam gerade ein Zug vorbei. Ja, dann steig auf und... Und wo denn? Habe dich gerettet. Wieso bist du mein Eretär? Nimm mir mal so. Ich bin so frei und nehme mir mal die Fackel. Ja, die zwei habe ich aus Versehen, glaube ich, rangehauen. Weil ich so nervös war. Ja, Kohle und Eisen. Ach, Mann. Oh, 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 Mann. Und tiefes Loch. Oh, ich fahre in die Randwehr jetzt. Ja, ähm... Vielleicht müssen wir die Zuschauer aufklären, was wir da machen. Wir bauen Eisen ab, Alter. Für die, die gerade erst zugeschaltet haben. Aus der Werbung. Ganz wichtig, Eisen abbauen, weil sonst nichts mit... Hast du, hast du gestern... Hast du? ...Wett und das geschaut? Nee, hast du? Ja. Oh Gott. Ja, äh, und? Ja, ich weiß gar nicht so schlecht. Ja, naja, bloß... Das war 50 Cent, Mann. 50 Cent. Ja, da wirst du, wo unsere, unsere, unsere... Dings hin gehen. Unsere, ähm... Wie heißt denn das? Kinder? Doll, was war das denn? Schön. Der ist... Äh... Du musst dir das mal auf dem Video angucken. Das ist ein Unding. Ich wollte sowieso dein Video anschauen. Ja, aber pass auf. Der stand ja nun da drüben, im Wasser. Der Knochensack hat geschossen. Ja. Und der Creeper ist mit drüber gesprungen irgendwie. Keine Ahnung. Ach so, und dann ist er auf einmal... Dann ist er neben mir explodiert, ja. 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 Aber wieso warst du überhaupt unten? Na, mir war da noch. Ja, dann... Nee, na, ich wollte, äh, was will ich da unten? Eisen sammeln und so. Ja, da unten, aber da gehen wir ja später hin. Sagst du. Ja. Sag ich. Mit Erfolg. Wow, wow. Spinn. Was hat eine Latzhose an? Jetzt muss ich erst mal ein Zeug suchen, Mann. Da. Ach, scheiße. Das sieht sehr gefährlich aus. Wow. Alter. Ich warte mal auf dich. Ich wüsste zu gerne, wo du bist. Ich bin da, wo ich auch aufgehört habe zu. Ganz normal da oben. Wenn du weitergehst. Ja, gehe ich gleich. Wie, du gehst gleich? Na, da oben bei... Uh, hier ist Lava. Ja, wie so Lava, wo bist du denn? Wir sind ganz normal runter und dann rechts. weiß nicht wo du jetzt bist ich musste erst mal ein zeug holen soja und das ist eine unterirdische schlucht ich werde eine unter wird gerade jemand geschlagen du bist direkt über mir macht da bist du hast halt hier völlig alles ignoriert was hier oben war dafür wissen nein danke wieso wegen mir der ist ja nicht wegen mir exiliert neben ihm stand der er wollte dich haben junge älter du mein scheiß hardcore mode kurz ich jetzt schon wieder an du kommst du kommst hier gar nicht zum abbauen ständig gegen irgendwelche vielzeug ich muss also ich komme ganz normal zum abbauen wieso ich nicht habe ich irgendwie speck in den taschen nicht nur in den taschen ich glaube ich bin genauso groß wie du ich weiß beziehungsweise genauso klein groß train das müssen wir schon zugeben also wir sind nicht die größten doch nein wir sind die größten empfehlen noch ein kochen drei knochenseck und ein creeper ich lass dich mal machen leck mich kann ich sagen danke endlich mein eretär mein eretär ich finde es lustig wie du immer ein troubleshooter troublemaker wisst ja du hast ein pfeil überall ich habe ein pfeil überall das muss ja komisch aussehen ja der streckt sich quasi überall hin da oben ist eisen warte mal wie weit wollen wir eigentlich gehen bis zum gett unsere magische zahl oder unsere magische zahl magische zahl welche magische zahlen